Das Qualitätsspeichersortiment der Sonnenwärmedirekt GmbH umfasst Solarspeicher, Puffer- und Kombispeicher, Edelstahl-Jäne-Speicher sowie Wärmepumpenspeicher. Für jeden Zweck bietet die Sonnenwärmedirekt den passenden Speicher zu günstigen Konditionen. Unser großes Lager in Schleswig-Holstein ermöglicht den raschen Versand Ihres Speichers. Im Fertigungsprozess wird jeder Speicher einer ausführlichen Dichtheitsprüfung nach DIN 1593 unterzogen. So stellen wir sicher, dass Sie einwandfreie Ware erhalten. Die meisten Speicher werden mit einer hochwertigen, 10 cm starken, abnehmbaren Isolierung geliefert. Die passgenaue Verarbeitung ermöglicht ein leichtes Anziehen des Speichers. Durch die abnehmbare Isolierung ist es möglich, unsere Speicher auch durch enge Türöffnungen an den Aufstellort zu bringen. Der SWD Edelstahl-Solarspeicher wird zu 100% aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet, dass der Tank und die Wärmetauscher aus V2A Stahl gefertigt sind. Der Speicher verfügt über zwei großzügige Wärmetauscher aus Edelstahlwellrohr mit jeweils einer Tauschleistung von ca. 8 kW. Der Solarspeicher ist fertig ohne Kältebrücken eingeschäumt und mit einem silberlackierten Stahlmantel versehen. Optional kann der Speicher mit einem Elektroheizstab ausgestattet werden. Der schwere Kombispeicher mit einer Materialstärke von rund 3 mm ist mit einem Volumen von 600 bzw. 800 Litern erhältlich. Der innenliegende Brauchwassertank ist zweifach spezial emailliert. Diese Speicher werden serienmäßig mit einem großen Solarwärmetauscher und 10 cm Weichschaumisolierung ausgeliefert. Das Beste, was der Markt derzeit zu bieten hat, ist der SWD Edelstahl-Hygienespeicher. Auch hier wurde für den Speicher und die Wärmetauscher ausschließlich V2A Edelstahl verwendet. Zöllige Anschlussmuffen sind seitlich um 90 Grad versetzt angeordnet, so ist dieser Speicher absolut montagefreundlich. Der Brauchwasser-Wärmetauscher leistet ca. 24 kW Heizleistung und stellt somit die Brauchwassererwärmung auch für mehrere Entnahmestellen sicher. Zudem verfügt dieser Speicher über einen leistungsstarken Solarwärmetauscher. Zudem verfügt dieser Speicher über einen leistungsstarken Solarwärmetauscher. Wind Otto Wärmetauscher Vielen Dank.